Ich bin Gunnery Sergeant Hartman und zuständig für eure Grundausbildung. Von nun an werdet ihr nur reden, wenn ihr angesprochen seid. Und das erste und das letzte Wort aus eurem dreckigen Maul wird Sir sein. Habt ihr Maden das verstanden? Sir, jawohl Sir! Bullshit, ich hör ja nichts, habt wohl alle nur Luft im Sack. Wenn ihr Ladies meine Insel verlasst, wenn ihr meine Ausbildung überleben solltet, seid ihr eine Waffe, seid ihr Priester des Todes und betet am Krieg. Aber bis zu diesem Tag seid ihr Dreck, seid ihr die niedrigste Lebensfahrt. Habt ihr Maden das verstanden? Sir, jawohl Sir! Bullshit, ich kann nichts hören. Sir, jawohl Sir! Kannst du mich gehen. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020